Hallo, was geht, mein Name ist hier, heute mit mir auf Reportagen, Hashtag Hot16Challenge2 reagieren, ja Leute, das Ganze wurde produziert von Black Rose Beats, die machen sehr, sehr geile Beats übrigens, ja, ich bin sehr gespannt, der Song ist bei Reportagen auf dem zweiten Kanal online gekommen, auf dem zweiten, egal, ist auf jeden Fall online auf dem zweiten Account von ihm und ich würde sagen, Freunde, ab geht's. Der zweite, den ich nominiere, ist mein Bro Reportagen, der dritte, den ich nominiere, ist Jay Chiggy und der vierte Pouya. Freunde, ihr habt drei Tage Zeit, 72 Stunden, um ein Part mit Video abzuliefern. Nice. Jo Leute, es ist halb eins, ich muss heute abliefern, Damon hat mich nominiert. Oha. Ich werde jetzt erstmal was schreiben, erstmal suche ich mir ein Beat raus und dann werde ich schreiben und werde mich gleich nochmal. So, ich habe zum Glück ein Beat gefunden, jetzt werde ich noch ein bisschen schreiben, dann werde ich aufnehmen und ich denke, ich werde spät nachmittags oder heute Abend das Video hier schnell drehen. Vielleicht schaffe ich das auch eher, weil ich habe nur noch ein paar Stunden Zeit. Die Zeit rennt, Gemeinde lebt. Let's go. Hashtag Hot16Challenge2. Bin gespannt. Ja, Gemeinde lebt. Ja, man. Skosko. Ich weiß, dass Rapper gerne meine Stimme hätten. Und dann der, ist es ein Adlib? Ich glaube schon. Yeah, yeah. Ich weiß, dass Rapper meine Stimme gerne hätten. Ich könnte sogar Kindertexte rappen. Lali, Lu, nur der Mann im Mond schaut zu und selbst dann wärt ihr nicht auf meinem Level. Hier noch bist du eine leere Hölle wie Schlangenhäufe. Wenn ich ein Album bringe, gibt es weder Hamsterkäufe. Du willst ein Feature oder eine Mische von Cesar? Kein Problem, ich gebe dir Iban oder du zahlst den Krediter. Cesar macht echt einen guten Misch. Wirklich, also Respekt an Cesar. Kuss geht raus. Warum mache ich so? Weiß nicht. Ich gebe dir Iban oder du zahlst den Krediter. Mein letzter Dissbaby kam letztes Jahr Dezember. Bevor ich so ein Content bringe, höre ich lieber Wendler zusammen mit deinem Rentner. Schmeiß den Papiakras ein und Katja Kadas Senfglas lutscht an seinen... Alter, der Biedesüge. Cesar, Fortune, Hexer, ihr habt drei Tage Zeit und ich nominiere noch Eminem. Man aber übel, nice. Sehr, sehr stark, wirklich. Was war das für ein Leg? Sehr, sehr geiler Song von Rapportagen. Momentaner Favorite Song von Rapportagen ist Dark. Fühle ich übel. Ja, ich frage mich so... Da hätte er ruhig auch die Millionen knacken können, wirklich. Sehr, sehr kranker Song, Dark. Genauso jetzt Hot 16 Challenge ist einfach so ein bisschen... Also ich kann es halt nicht nachmachen. Aber Leute, ich hoffe, euch hat die späte Reaktion gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde sagen, haut rein. Tschö, bitte. Peace, peace.